Hallo Leute, wir spielen heute Robloch und das Spiel Rainbow Friends. Alle sagen, das Ding ist schwer zu... ...als... ...und ich hoffe, ich muss nur wieder hier... ...und... ...Spongebob... Ich zeig dir das Erziehtmobil und von hier raus, weil von... ...das hier ist doch ein Ding da. Von hier kann man einfach so rein und... ...raus... ...und hier sind wir schon draußen. Der andere, die wieder von Spongebob... ...war meine, aber nur ein anderes Ding. ...und wir auf den Zaun klettern, natürlich wir klettern über den Zaun. Und Leute, heute... ...haben wir angeeckt bei Fortnite... ...ist bei Fortnite ein neuer Fortnite rausgekommt. Wer den weiß mit Zeus und die anderen... ...göttern und der coolste Gott für mich ist der Gott von unserer Welt. ...nach ist oder wie... ...haar ist oder keine Ahnung, wie der heißt nochmal. Zeus ist auch cool. Wir gehen mal auf Überspringkraft... ...und warten auf andere... ...auf andere Spiele... ...warten... ...und neun... ...und acht... ...neun bis zehn... ...und neun... ...und Leute... ...und noch eine Sache... ...alle sind einfach ganz, ganz cool. Heute... ...wir fahre jetzt an! Ja, die coolste Spiele, ne? ...und neun... ...wauwau ! ...das ist kein Spiele... ...das ist kein Spiele, der gar nicht rein! ...das muss ganz klar sein, wie er liegt. Wer stinkt? Ja, das ist ja der Schraubende für Mama. Und ich hab da Mama zum Boden. Der ist ja der Reise. Ich weiß nicht, dass es ist. Das hier ist hell und so hier, wenn ich muss. Leute, dann sucht ihr ganz, ganz viele Dinge. Und dabei sind wir ganz einfach cool und da haben wir Leute drei von meinem Bruder. Mein Bruder hat in die Basse mal Pipi gemacht, das ist richtig, richtig cool. Schauen wir mal, wie es ist. Dann ist es cloud. Das hier ist cloud. Dann ist das ein flap, so können Sie ihn dreiden. Da, da da. Da ist ein Loch. Nein, da ist auch einer, die nicht da ist. Nein Leute! Wir haben eine Zahl und wollen nur, dass wir uns gehen jetzt raus. Das Spiel zeigt, 4 von 5 wollen wir nicht, dass wir nicht wollen. Das Spiel, wir spielen in unserem Spiel. Bada, die Wutheben nicht. Das Spiel ist Wutheben. Hahahaha! Kggacke die... ... Ah!